Wir bringen Menschen zusammen, haben bis hierhin schon viel geschafft und wir leben diesen Gedanken, Geschäfte werden von Menschen mit Menschen gemacht. Wir wollen Werte erhalten und Werte weitertragen, als Teil des Ganzen für ständig Neues wagen. Deutschlandweit oder regional, im Mittelstand sind wir vernetzt, gemeinsam was bewegen, denn die Zukunft ist jetzt. Die Zukunft ist jetzt. Oh, Mönchel! Danke, bis zuhören!